ARD Text im Auftrag von SWISS TXT Sag mal, hier geht's ja zu wie auf dem Karneval zum Zug Jimmy J! Du hast mich über ein Anzeigenblatt eingestellt! Denkst du, so jemand hat Superkräfte? Grimlock, ruck sofort den Streifenwagen aus! Soll ich gegen den Alien-Dino kämpfen? Oh, schneller! Nicht um! Nein! Hey, wo ist der Schlüssel? Ich schließ die Karre einfach kurz! Sie werden gebraucht, Sir! Uns war dringend! Sie wollen es wissen, nicht wahr? Warum sie immer wieder herkommen? Ist das eine Entführung oder Ihre erste Transformer-Erfahrung? Nun ja, im Grunde beides! 1000 Jahre lang hielten wir sie verborgen Die geheime Geschichte der Transformer Hier, auf der Erde Um unsere Zukunft zu retten Müssen wir die Vergangenheit entschlüsseln Nein! Ich brauche dich heute in Top-Formbie! Hör zu, ich liebe dich, Mann! Was soll das? Ich sterbe! Das war nur ein Gummigeschoss! Ein Gummigeschoss fühlte sich an wie ein Durchschuss! Zwei Welten prallen aufeinander Und nur eine überdauert Zerschalten! Ich will hier bleiben und gegen sie kämpfen Was war das? Das war ein Fehler! Ich bin begeistert Ich bin begeistert Ich bin begeistert